Geschätzte Kundinnen und Kunden, geschätzte Lieferanten. Ich freue mich, per 1. November Nachfolge von Markus hier als operativer Leiter von Olva Gain Warp zu übernehmen. Ich habe in der Vergangenheit schon durch über 20 Jahre Verwaltungsratstätigkeit tief in Olva hineinschauen können und es ist da sicher für Kontinuität, Offenheit und ich freue mich auf die vielen Begegnungen, die wir sicher in der nächsten Woche nicht zusammen haben dürfen. Ich darf auf ein sehr starkes Team zurückgreifen und wir werden versuchen euch weiterhin sehr gut kompetent zu bedienen. Merci vielmal, bis bald.